es ist gut ich höre unsere die lehrer der singt nur diese die Kinderlieder auch die Biblia das wird auch die kleine Hexe auch die die wurden die irgendwo doch vielleicht als ich bin ich sicher wir haben dass ich auch dort warten hier ist ein gut Ja, ich geh mal hier in die Erde. Mal gucken. Okay, Gravel wäre nicht gut. Ein Indiz dafür wäre ja zum Beispiel halt Bäume, die nicht vollständig abgebaut wurden. Ja. Gut erkannt, Sherlock. Sherlock-Stegi. Sherlock-Stegi. So, wir haben schon eine Dreiviertelstunde aufgenommen. Das heißt, jetzt müsste irgendwann die neunte Folge vorbei sein. Oder wir befinden uns schon in der 10, keine Ahnung. Ist doch scheißegal eigentlich. Ja, was machen wir? Keine Ahnung. Oh man, ist das schon der Tag. Der Vollangst, dass die ganzen Viecher immer Kamelion sind. Äh, dass die ganzen Leute, die laufen voll straight of 1 zu. Was sollen wir denn, wo ich sie von hier aus, unseren Ballblock, unseren Ballauen. Wollen wir den anderen mal ein bisschen Angst machen? Ja, ich hab' ne Idee. Komm, wir machen... Warte. Wir machen beide gleichzeitig, slash me, und dann burnst, äh, oder try to swim in Lava gleichzeitig. Oder kurz ineinander. Ja, warum denn? Ja, das war lustig. Okay. Wie soll man das schreiben? Slash me, try to swim in Lava. Ey, schreib's mir irgendwo. Ja, ja, das muss ich wohl schaffen. Nein. Okay, ich schreib's irgendwie, wenn's geht. Tell, xxd, g. Okay, das ist nicht geklappt. Noch, 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 noch. Ich hab' so. Okay, bereits, wenn du bereit bist. Du machst erst, dann mach' ich zwei Sekunden nach. Okay, drei. Oh, end. Ich weiß nicht, was denken die sich jetzt? Ich hab' ne Ahnung. Ich glaube, die verstehen, das ist nicht so. Hä? Wie, die jetzt gestorben hat. Aber schon gut drauf eingefallen. Ho, 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 ho. Aha, uh, uh, uh. Uh, 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 uh. Aber ich such' die immernoch. Ja, ich auch. Ja, ich denk' schon. Weil, guck mal. Die müssten auch eigentlich, also Pixel und Radamut. Ich denke nicht, dass die immer woanders hingehen. Nee, nee, die bleiben ja im Spot. Und das müsste ja eigentlich da bei uns an der Ecke sein. Warum? Weiß ich nicht. Ja, weil die immer, wenn ich die gesehen habe, dann waren sie irgendwo da. Ich gucke jetzt nochmal hier irgendwo im Dschungel. Sobald die einer Oberfläche gesehen hat, hat es gar nicht mehr zu heißen. Ja, trotzdem, aber die farben doch wieder im Moment. Ich denke. Das glaubst du mal, das sind ja zwei, drei Teams, also mit uns, zwei andere. Ich glaube, das sind beide Teams, ähm, farben. Äh, ja. Ja, schon, weil, was wollen die gegen uns machen, wenn wir alles in Schalt haben und sowas. Ja, guck mal, du kannst, also ich finde, das ist, die Minecraft ist positive. Du kannst auch irgendwie mit einer Lederrüstung gegen einen anderen gewinnen. Wenn du einfach z.B. zwei Lava-Eimer sehr gut setzen kannst. Ja, das stimmt, aber ich glaube nicht, dass die sich sowas überlegen, weil die einfach, ähm, sich nicht, ne, weil die sich einfach nicht damit beschäftigen, in Minecraft so Taktiken rauszusuchen. Du sprichst mir aus der Seele. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie so ein Zapper wegzieht. Dann gucke ich nochmal hier. Ich habe Angst, dass ich von Ihnen wohl überrascht werde, so. Ah, hallo. Wirst du was, ne? Nö. Nö. Im Schnee, werdet voll cool, wenn das jemand wäre, weil das sieht man glaube ich in Namen vielleicht. Das könnte sein. So, was brauche ich denn nicht davon? Ich brauche alles. Den Kompass brauche ich erstmal nicht. Hier gehe ich mal ein bisschen weiter. Na, hier ist Ende. Boah. Boah. Boah, ich werde ich schnaufe voll auf, nur so. Gegen meiner Nase. So wie die Kühle in dem neuen Snapshot. Ah, ja. Ne, habe ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Ich habe es auch nur gesehen. Nicht selbst ausprobiert. Ja, ungehört. Ja. Also. Ich kann es auch sehen, wenn Kühle schnaufen. Das hört sich voll strange an. Aber ich finde, das mit den Sounds, das ist wieder so wie, weiß nicht, wie alle Änderungen, die es so gibt. Erstmal so denken, alle so, voll keine Scheiße und sowas. Und dann später ist es einfach total normal. Und du denkst dir, wenn du alte Version hörst, was war das denn für ein Scheiß-Sound und sowas. Ich finde, mittlerweile ist total mainst, um einfach zu sagen, äh, ich finde, Minecraft verändert sich voll ins Negative. Und dann wird es jetzt erstmal so genutzt. Oh, warte mal. Ich sehe einen abgebauten Baum. Oh. Und wo? Wo? Doch, der müsste, der müsste abgebaut sein. Ja, ich habe es jetzt mal abgebaut. Ja, ich habe es jetzt mal abgebaut. Äh, Minus, ja, ich habe es jetzt mal abgebaut. Minus 74, 381. Dam, 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 dam. Was, wo? Minus 64, 380. Minus 64, 380, dann bin ich nicht wirklich fast bei dir. Wo ist denn das? Im Schneegebiet? Ja, so ein bisschen. Okay. Oh. Roter Block, Roter Block. Nois. Roter schon wieder. Die Arme. Soll ich aber bauen? Habe ich. Du, Asialter. Soll ich schreiben? Roter Block. Gesichtet. So, jetzt kannst du eigentlich zum Spawn gehen, aber ich komme erst mal zu dir, ja. Du kannst eigentlich zum Spawn gehen danach und, äh, den abgeben. Und die einen blauen holen und den dann in unsere Kiste tun. Ah, ich sehe dich. Oh. Hier war noch so von wegen die Bäume. Okay. Der Block war, also ich schon nicht, ich glaube, das waren fünf Endermans. Ne, sechs. Ey, da, 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 genau da, ob ich hingucke. Ja, okay, sehe ich, sehe ich. Auf sieh. Auf sieh. Na, soll ich nicht, du, 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 ne, passt schon. Ja, dann wird das bisschen. So, lass mal hier runtergehen. Wir gehen ein bisschen, ne, dann doch, Gott, ich kann schon noch eben eine Spitze, wenn mir angenehmer. Äh, nein. Ja, dann komm einfach hinter mir. Oh, die, die gehen in diese Richtung, aber die müssten auf jeden Fall hier sein. Ich werde, ich werde einfach so ein, so ein Trepp runterbauen, ne? Ja, aber wir sollten uns unten vielleicht ein bisschen aufteilen, dass wir von zwei Seiten angreifen können. Ach komm, wer ist denn das? Das müssten doch die Roten sein. Achso, die können auch ganz schön gute Sachen haben. Egal, wir gucken einfach gleich, wenn wir unten sind. Und immer Schiff drücken, ne? Ja, ja. Guck mal, es war ja im Gespräch, dass wir ein Auto-Sneak-Plugin holen. Das wäre richtig schlimm irgendwie. Guck mal, dann hängst, du hängst einfach wirklich nur oben rum und suchst Leute. Und wenn Leute unten sind, dann hast du gar keine Chance. Eben war es ja auch möglich, dass wir die gesehen haben. So, ich hoffe mal, hier kommt jetzt was. Aber die waren schon ziemlich weit in den Himmel. Ich denke auch, ja. Was ist das eigentlich? Wir fischen sich als hier ist was. Ich habe aber auch keine Ahnung, ob das wirklich... Da oben. Komm mal, hier, warte, ich baue den Blocken. Warte, Gott. Für dich. Hier ist jedenfalls Licht. Ah, hab ich das nicht, oder was? Alles mir egal. Ich glaube, die Bauung gerade was. Ah, das bin ich. Der läuft. Wo, wo sind die? Unter uns noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir müssen mit dem Licht am besten Mal gehen. Also, in der Dunkelheit sieht man mehr, glaube ich. Nee, nee, hier. Aber hier, komm mal her. Aber hier müssten wir eigentlich nachgekommen sein, oder? Dann können wir mal nach unten gehen, vielleicht. Und hier runter. Nee. Ja, aber sollen wir es einfach zu dem bauen? Ja, wie hast du das geschafft, ohne Fallschaden zu bekommen? Also, ich habe es bekommen. Ey, kann es vielleicht sein, dass es sogar schon die anderen, das andere Team ist? Warte, das sind... Brief-Onkel und wir haben hier. Also, Kajun und wir haben hier. Rot ist, sind die beiden, die Rot? Ja. Ja, okay, dann. Oh Gott, ich finde das spannend, was die haben, ey. Boah, wenn wir jetzt sterben? Was willst du denn machen? Weißt du, wenn wir da von vorne anfangen. So, ich glaube, ich bin jetzt bei dem Gang. Oh, wie nah wir sind. Ja, ich denke auch. Nicht atmen. So, jetzt hier runter. Und Lava, ne? Lava, gucken. Lava, wollen wir einfach von oben nach unten? Ja, guck mal, das Scheiße. Jetzt hinter dir. So runter, sollen wir runter? Gucken die, gucken die, ja, die gucken, ey. Oh, Leute, ist tot. Ja, die haben nix. Ja, Leute. Oh, Mann. Eh, Diamanten, Diamanten. Irgendwo. Hä, was haben die die ganze Zeit gemacht? Ja, gemeint wahrscheinlich, oder? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, der eine, die Sachen von dem einen sind jetzt verbrannt, ne? Ja, ich dachte, die haben so voll die ganzen Sachen, ich bin nur angesprochen. Und hat direkt die Lava-Gesetz, aber der war einfach ein Skin, ohne Rüstung, ne? Oh, es wird uns. Ja. Ein, der Mann. Ein, der noch. Wieder voll viel Kreativ, ey. Also, hier wird zwei rote Blöcke. Drei? Ein blau. Ja. So, dann werde ich mal ein bisschen weg. Also, müssen die jetzt, die zwei, die müssen jetzt drei Blöcke holen, oder? Äh, ja, eigentlich schon. Aber die haben keine drei mehr. Ja, eben, die sind jetzt zu, oder? Ich glaube schon. Sonst fragen wir einfach kurz durch. Ich verkehle mich mal mit. Oh, die haben auch ein Jump-E-Table, aber wir haben ja eines braucht, also, recht. Ja, guck. In zwei Blöcke, zwei Blöcke, zwei Blöcke, habe ich versucht. Weiß nicht. Aber, dass sie auch so tief buchen, und vor allem, zu zweiergänge, keine Ahnung. Äh, wie so viel, also. Und ein Hassjahr weggenommen, ne? Ja, genau von oben. Also, abgebaut. Nein, play aus. Ja, genau so sinnlos, die auszumachen, weil, das verlangt, finde ich. Hahaha. Ja, mit X-Ray geht halt alles. Ja, gar nicht. Ich bin darüber, darüber kann man sich jetzt eigentlich streiten, weil, wenn also die Jäger was sagen hat, wahrscheinlich immer, ja. So ist es dann ehrlich zu suchen, aber die Gejagten sagen, nein, sowas ist es nicht. Ja, egal. Ja, ich weiß noch, also ich, also ich, ich bin auf jeden Fall cool. Also ich hätte zum Beispiel, das sehen, glaube ich. Was jetzt? Ich hätte sie übersehen. Wie? Die Namen? Ne. Ja, genau. Hä? Äh? Achso, egal. Ja, soll man, jetzt, so, die muss irgendwo in Gang sein, ne? Woher kommen wir? Hier, ja, hier. Diät. 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 Bye, bye.